Musik Ein Wunsch an den Verbraucher im ländlichen Raum. Ich hätte viele Wünsche, aber ganz besonders wichtig ist mir, schätzen Sie die Arbeit unserer Landwirte. Unsere Landwirte sind es, die uns mit Nahrungsmitteln versorgen. Regional, saisonal und zwar jeden Tag. In den Ställen auf den Feldern sind sie für uns im Einsatz. Und gerade Corona hat es gezeigt, wie wichtig es ist, Regionalität vor Ort zu haben. Und deswegen kaufen Sie vor Ort, nutzen Sie das Angebot unserer Betriebe im ländlichen Raum, in unseren Dörfern und schätzen Sie, was Sie auf dem Teller haben. Und ich möchte ein Thema besonders ansprechen, was mir am Herzen liegt, das ist Fleisch. Da ist ein Tier aufgewachsen zu Tierwohlstandards in einem Schlachtbetrieb geschlachtet worden, damit es bei uns als Bratwurst auf dem Grill liegt. Und dieses Fleisch hat einen Wert. Und ich bitte darum, einfach diesen Wert zu schätzen und letztendlich auch dieses Geld, was der Landwirt dafür zu erarbeiten hat, an den Landwirt auch bereit sein zu zahlen. Das ist mein Wunsch. Schätzen Sie Regionalität, schätzen Sie die Arbeit unserer Bäuerinnen und Bauern auf den Betrieben und genießen Sie das, was Sie aus Niedersachsen bei sich auf dem Teller haben.